willkommen zurück beim landwirtschaftssimulator wir sind auf meiner range und bei der aussaat ich drehe jetzt erst mal meine einsamme ja genau dasselbe wie gestern so die beiden kumpel auf feld c kriegen sich immer wieder in die wollen so apropos wolle ich lieferte jetzt gleich mal ab und dann werde ich auch noch honig und die eier von hier kann ich gleich mitnehmen genau zack und na komm fertig danke und jetzt geht es weiter mit anny als eine palette frischer honig da kommen bei ja was ist muss also die bieten melken oder was ich dachte da kommt noch ein halbe na gut da hat es wohl geklappt ok danke hat sich tatsächlich keine halbe palette ok aber da hat jemand seine arbeit beendet das dürfte unser rasenmäher sein und wer haben wir da gleich mal blick drauf ach ihr seid das sehr gut sagt gut ist noch fast voll das heißt ich kann fällt k sorg um ernte er quatscht sorg um aussaat ab feld feld f wird noch geerntet und gepflügt feld c wird noch gemacht feld h feld h haben wir doch freigelassen war genau feld h ist brach und noch nicht gedüngt das mache ich schnell selber pass auf du wirst zu feld h fahren ähm was habe ich gesagt kurs laden doppelt aussaat 8 minuten das klingt doch gut erster erster wegpunkt links feld h tralala blabla tschüss halt stopp sojabohnen sojabohnen ähm feld h soja ja klick klack tschüss so so jetzt du sojabohnen feld h ähm kurs laden doppelt aussaat Mr. Rechts äh wir haben gesagt ihr macht euch den abstand selber, wa? ok so so also würde ich einfach sagen viel spaß so so jetzt brauche ich einen großen Traktor mit einer großen Walze großer Traktor falsche große Walze so ich will nämlich die Graswalze haben und das ist die hier und das ist die hier dann wirst du jetzt nämlich Feld K walzen gut du wirst du wirst Feld K das war doch da unten, wa? ja Feld K oh dann wollen wir mal einen Job erstellen da hä? quatsch Feld K da hatte ich mich letztes Mal schon ge äh ärgert wo ich die Feldtexter losgeschickt habe ich sollte Feld kaufen, dass ich mich nicht immer mit meinem verwechseln also du wirst einen Job erstellen äh warte mal bisschen weiter vorne so 24 Meter Fahrzeuge, zwei Vorgewände, Bahn, Schaf im Uhrzeigersinn Tralala du kannst ruhig längs fahren oder quer oder schräg sowieso ein schräger Typ, wa? warte mal Richtungswind ja wobei ich lass das so ähm Kurs speichern 20 Meter genau sind das 20 Meter? ja ich fahr dich mal dahin ach nee, du fahrst mal selber sag Bescheid, wenn du angekommen bist, dass ich gucken kann wie lange du brauchst du bist angekommen bei Feld H und brauchst jetzt 18 Minuten wunderbar gut dann werden wir jetzt einen Trecker holen ihr kriegt euch ein da den Trecker achso, der war ja schon mit dem werden wir mal ganz schnell zu Feld Dings rüberfahren und düngen wo ist ein Dünger? wo ist ein Dünger? ach da hinten ist der Dünger soo soo nein Quatsch nein Quatsch die dicke Taste daneben soo vielleicht mal gucken vielleicht mal gucken, ob ich das hinkriege ohne den zu sehr äh rumzufuschen oder ich warte düngen, walzen, düngen geht doch auch, wa? ja ja dann sollte ich warten dann sollte ich warten und hier muss gewalzt werden und da drunter muss er gedüngt werden da fährt er gut hey ja ich konnte mich jetzt nicht entscheiden komme ich hier durch oder nicht komme ich nicht um rüber zu kommen muss ich bis hier fahren ach werden hier schon wieder blockiert hier komme ich nicht durch hier komme ich durch hier komme ich durch hier komme ich durch soo jetzt mache ich das nämlich doch ich kann einfach nicht wieder stehen soo gut funktioniert nämlich recht gut lockieren die sich hier noch? gut ermitt fröhlich vor sich hin das heißt dort können wir dann demnächst ähm schwadern und gras sammeln noch mehr gras oh warte der ist angekommen bei feld k das machen wir nämlich gleich morgen so wo sein erster wegpunkt ist das richtige feld ist das richtige feld ach ups ja gut dann fängst du halt da an habe ich auch kein problem mit ja die flecken hier muss ich mal gucken wie ich das korrigiert kriege das muss ich ja schon beim pflügen korrigieren 26 minuten ähm feld k eintrag umbenennen walzen gut ähm ich würde es lieber sehen wenn der mär auf dem zu mähen zeug fährt und der daneben aber gut aber gut ihr seid die profis ihr werdet schon wissen was ihr da macht so so und dann werde ich mal wieder arbeiten ähm b war das wahr? ja so 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 da kommt schon der nächste wunderbar so 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 Komme ich den nämlich nicht in die Quere, wenn ich das hier selber mache, dann schaffe ich mich darauf zu verlassen, dass hier zweimal Curseplay funktioniert. Morgen! Hallo Kollege! Ach so, jetzt bin ich da ja schon zweites mal, das ist jetzt auch egal, das kriegen wir schon alles hin. So, sind wir ja sowieso gleich fertig hier, ich muss mal ein Stück rüber, ich muss wieder ein Stück rüber, ja, perfekt. Und dann kann hier nämlich gewalzt werden, sobald Rü mit Walzen fertig ist, fällt K. Boah, klappt da nicht wunderbar. Ganz entspannte Folge, ohne großen Stress. Ich mag nämlich keinen Stress. So. 3,97, also ich muss mal gucken, ob ich noch irgendetwas verkauft kriege. Ich will die 4 Millionen haben. Oh, warte, wir haben gesagt, wir wollen die Traktoren verkaufen. Alles klar. Wir sehen hier gleich um eine Ecke, sobald ich hier mit dem Feld fertig bin, habe ich die 4 Millionen. Moin! Alles klar, Kumpel, so. Warum steht er jetzt da rum? Ah, jetzt fährt er, okay. Musst du wohl bloß kurz mal am Handy spielen. Ich seh das, Freundchen. Musst gar nicht so tun, also würde ich nicht merken, dass du hier mehr am Handy spielst, als zu fahren. Mal gucken, wie weit ich hier noch rüber muss. Ja, ist alles erst normal. Ach, hier kann ich ja schon, ja, ja, ich seh's schon. Ist egal. Die zweite Mal machen wir nach dem Walzen ist. Ob es jetzt teilweise fleckig ist und schon die zweite Düngerstufe drauf ist, ist mir jetzt wurscht. Es kann nie zu viel Dünger geben. Denen Pflanzen wird's richtig gut gehen, wenn die hier voll gedüngt sind. Die werden sich dick und fett fressen, dann haben wir Sojabohnen. Wir sehen aus wie Kartoffeln. So. Ich wette, das passt nicht. Oder? Doch, passt gerade so. Oh, Mist, passt nicht. Passt nicht. Entweder links oder rechts. Unfair. Ja, super. Jetzt mache ich hier natürlich Löcher rein. Na gut. Hier weiche ich mal aus. So. Nicht schön, aber selten. Okay. Okay. So. Hier machen wir mal ganz schnell. Zack. Und hier drüben war noch, wahr? Ja toll, jetzt hast du das weggemäht. Machen wir einfach mal so. Genau, jetzt hat alles mindestens Stufe 1. Ja, bis auf den einen Fleck da oben. Ah! Und nachher lassen wir dann Johnny Stufe 2 machen, wenn die Weize durch ist. So. Wo ist der Fleck? Das war der hier. Ja. Okay. Thema durch. Können wir ganz groß ankreuzen. Ich habe auch mal was auf dem Feld gemacht. Ich lasse nicht nur machen. So. Ja. Genau. Soja fällt. So. Und jetzt? Hey, ey, ey, ey. Oh. Einen Anhänger wollte ich noch behalten. Man weiß ja nie. Stopp. Also. Als erstes. Tschüss Schwadro. Und. Tschüss. Prino Walzer. Und wir haben 4 Millionen. Zum ersten Mal. Hahaha. So. Wir sind bei 4 Millionen von unserem Ziel 10 Millionen. Ich würde sagen, guter Weg. So. Du wirst jetzt nach Hause fahren. Genau. Ich werde mal gucken. Tiere. Glücklich. Glücklich. Oh, Schweine wollte ich jetzt gucken. Aha. Einmal Schweine können wir verkaufen. Und ihr seid dann auch dran. Gut. Einmal Schweine geht weg. Gut. Kühe. Ihr haltet noch einen Monat durch. Und ihr nicht. Das heißt, ihr braucht Futter. Du wirst. Oh, warte mal. Hab ich überhaupt Futter? Ja. Warum habt ihr alle keine Wolle? Das ist wichtiger. Warum haben die alle keine Wolle? Wolle. 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 So, ich werde es so machen, ich werde jetzt jeder Spinnerei wieder eine Palette geben und hoffen, dass der die nächsten Paletten dann jedes Mal verteilt. Muss ich verstehen, warum die keine Wolle kriegen, weil ich habe ja genug. Und das steht auch auf Verteilen. Und ich werde das jetzt mal so machen, damit ich hier nicht ewig rumhüpfe. Eins. Da war ich nicht klar. Zwei. Du kriegst auch keine Wolle. Da geht die hinten hin. Drei. Wo war die vierte? Ach, da drüben. So, bieb, bieb, zur Seite. Einige Paketlieferung. Und die letzte geht. Warte, das machst du selber. Spinnerei. Du weißt schon, dass du einen... Einfach... Na, welche Richtung willst du jetzt, Johnny? Gut, dann fährst du in die Richtung. Mecke aber nicht. Ja? So, Spinnerei liegt hier da drüben. So, Arbeit beendet. Sehr gut. Ähm... Ihr seid jetzt auf Feld... Feld H. Genau. Und wollt jetzt... Moment mal. Wo wollt ihr hin? Feld H. Soja ist fertig. Feld F oder Feld C? Feld C geht, glaube ich, als erstes. Alles klar. Das kann aber einer machen. Pass auf, dann fährst du mal zu Stellfläche C. E. Sorkum. Stellfläche C. Warte. Feld C. Ah ne, doppelt Aussaat geht auch. Gut. Dann du auch Stellfläche C. E. Und Sorkum. Viel Spaß. Und da hat noch einer die Arbeit beendet. Du fährst zurück zum Hof. Wo ist eigentlich meine Walze? Da unten. Ach ne. Hier ist die Walze. Ah ja, du brauchst auch ein bisschen. Acht Minuten. Ja, das geht klar. Anfang der nächsten Folge ist er fertig. Okay. Und ihr braucht noch eine halbe Stunde. Also Ende der nächsten Folge. Klingt doch gut. Würde ich einfach sagen. Wir lassen die mal arbeiten. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Guck mal, wie viele hier liegen lassen. Egal. See you later.